Hallo liebe Leute, heute wieder mit GTA Funny Moments und dieses mal mit dem Ghostie. Hallo liebe Leute, mein Name ist Ghost, allein heiße ich Ghost Maserati. Ich habe momentan noch keinen YouTube-Channel, aber demnächst werde ich einen YouTube-Channel machen, zusammen mit Razer. Ja, und wir werden einfach mal ein bisschen Bullshit machen hier in GTA, Battlefield, nachher auch Star Wars, Battlefront. Ja, und ich hoffe, dass ihr dann auch Spaß habt mit diesen Videos. Und Razer? Ja. Ich heiße Geine Ghostie, Arsch. Fuck, du weißt doch. Mann, Alter, ich hätte noch eine Falschung gehabt. Willkommen in der Epic Jump in GTA. Let's go. Das wird uns halt tot. Komm, los. Ja, ich glaube auch. Oh, verdammt. Oh, scheiße. Oh, mein Gott nicht. 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 Komm, komm, komm. Lips. Au, scheiße. Au. Sap. 級망. Au. Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? You are fucking kidding me? Shit. Die nülla, die nülla, eow, eow. Der ist dein comeback. Ocharور sehr groß. Igain 5, torso compraaisiert. Ich werde sterben. So wie immer. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Egal. Ist das hier. Holy shit. Du Arsch. Du fliehst. Du fliehst. Puh. Shit. Mann, die fliegt. Du weißt, ein ganz hartes Ding. Drück kurz. Shit. Was die... Warte. Ich mach nix. Ich mach nix. Ich guck nur noch runter. So. Ich guck nur noch runter. So. Ich guck nur noch runter. Na, ich spiele unten. Na, ich guck. Ich guck nur noch runter. . Hahahaha 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 Ich guck mal nach hinten, ich dachte, hm? Ich sollst jetzt hinten hinten, aber dann war das schlussig einfach Hahahaha Ich hab die ganze Zeit durch, durch dich übergefahren, weißt du? Und du merkst es einfach nix Hahahaha Der wird richtig geil Tch Ah, geil, 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 schaff es gar nicht, ich will es schaffen, ich will es schaffen Das wär geil Hahahaha Hahahaha Altaaa Was hab ich jetzt wieder gemacht? Kass mir vor Hahahaha 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 Hallo liebe Leute, ich hoffe ich habe euch unterhalten und mit den Kollegen hier, wenn ihr es mögt, schreibt doch in den Quartaren oder lasst ein Däumchen nach hoch da oder schaut bei Ghosti rein, wenn er meint ich einen YouTube-Kanal hätte. Ansonsten, Ghost, hast du noch was zu sagen? Äh, geil, okay, tschüss. Genau, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und mit diesem Bullshit, aber werden noch viel mehr Videos kommen, demnächst wird mein Battlefield-Spiel oder Game reinkommen und dann werden Racer und ich da richtig Bullshit machen und ja genau, richtig aufräumen, Bullshit machen, jede Leute ein bisschen ärgern, aber ja, das glaube ich, das wird diese Woche. So, vielleicht auch euch, man weiß nie, aber ja, ich sag mal, bis nächstes Mal. Ja, dann tschüss. Ja, tschüss.